So, ähm, hier ging's, äh, gab's nichts weiter, dann werde ich auch jetzt, ähm, wieder in die Lande gehen, wo man angefangen hatte. Ah, ich kann die Scrolls noch abgeben, nicht, dass das jetzt großen Unterschied machen würde. Packed Papers, die müsste ich auch noch irgendwo abgeben. Ich glaub, das war in Fort Hope, oder Foresight hieß das, glaub ich. Hm, so, I have Account Scrolls. Jo. Contested Lands. Klink, klink. Ich brauche nur diesen Ornid Bowel für diese Abgabe-Quest. Ja, ich werde, bevor ich jetzt hier an die Titan Lands gehe, zuerst nach Rockridge Keep und dann nochmal durchlabern. Ja, sicherlich, man, sicherlich noch eine neue Quest. Gucken, ob ich mir da noch was anderes aufgeschrieben hatte. Also, ich würde da... Spinnenkiller fallen, die brauchen wir nicht. Ähm... Nein, da braucht nichts weiter. Dann... ...geg ich hier mal die Hose rein. Okay. Anything else you want? No, I... ...act... ...I've already acted too boldly. Hm... Okay, dann gehen wir noch... ...johan. ... ... ... Okay. Dann... ...reden wir noch mit dem hier unten. ist da... ... ... ... ... Is there anything else I can do for you? Nothing important. Der Typ ist an der Front. And as me. Any word on Dymus? Everdonis responded to my query and in an unusually speedy manner, I am given permission to send a force into the corruption near where you encountered Dymus, in the area of monitor base D. Go there and see if you can find her. We believe that this is as far as she could have traveled in the time she has had. And if I find her, stop her from proceeding further in that vile wasteland. What if stopping her requires violence? You are authorized to do whatever it takes to stop her, even if it means doing injury. Otherwise, the madness there will turn her power and knowledge against us. That's all for now. Thanks. So, ich dachte, hier hätte jetzt wer anders übernommen. Hat wahrscheinlich auch, aber da ist nichts weiter. Da. Hm. Hm. Ja, dann werde ich hier, bevor ich weitergehe, auch erstmal wieder zurück in die Corrupted Lands. noch das fertig, bevor ich mit der Hauptstory weitermache. Hier kann man auch direkt wieder raus. Jo. Riverlands. Zu Avedon. Und dann wieder hier runter. In die Corrupted Lands. Click track. Base D. Dann können wir hier auch nochmal reingehen und reden. Wobei, es ist keine neue Zone aufgegangen, also sie werden wahrscheinlich nichts haben. Die hat ja eh nichts. Was jetzt? Na ja, dann brauche ich die anderen auch nicht fragen. Gehe ich hier wieder raus. So, und dann hier raus. Und noch Base D. Da oben. in den Kammern. Da gab es ja so eine Trapdoor, da geht es wahrscheinlich runter. Da geht es ja so weiter. Einen Erfolg gibt es, wenn man die rausführt. Also muss ich mal schauen, ob es da unterschiedliche Optionen gibt, die umhackt oder rausführt. Und dann geht es ja so weiter. Und dann geht es ja so weiter. Und dann geht es ja so weiter. So, dann speichere ich hier mal. So, dann geht es ja so weiter. This tunnel contains several cages, where twisted corruption specimens were held while waiting for analysis. This analysis, of course, generally meant destruction. The passage ends in a dead end. You inspect the floor carefully, looking for more of the tracks you spotted outside. You don't find anything. Oh, ja, da ist ja auch nicht die Trapdoor gewesen, aber auf der anderen Seite. The passage ends in a dead end. You inspect the floor carefully, looking for more of the tracks you spotted outside. You don't find anything. You try to open the trapdoor, but it is bad from below. No luck. Okay. Dann halt nicht. Aber ist ja mal hier. Ah, da geht es auf einmal weiter. Zombies. Quick gust. Aha. Oh Gott, die halten mal gar nichts aus. Quatsch. Treffen sollte man trotzdem. Okay. We're gonna. No. Okay, we're gonna. Das war's. Okay, weiter nach unten. Eidymus. At last you have caught up with Eidymus. You recognize her from your encounter with her at the east edge of the corruption. She looks far worse now. Her robes are rakes and she is pitiful emaciated. The insignia of Everdon hangs from her robe by a single thread. When she sees you, she still has a shred of control over herself. She says, you, Cordano, yes, Cordano, I see it, you are here, good. Now kill me, kill me, fast, hurry. No, you must come back with me. I can't, I am, am. Her body spasms. She looks down at her dusty floor, at the dusty floor. Then she looks back up a moment. Later, her eyes glowed red. Too late, human, Dymus says. What? You are too late. You failed. Her voice is changed. It is deeper, richer and more malevolent. You want her, then kill her or exhaust my power, but my power cannot be exhausted. Strike down my pet or die and then I Dymus attack. Soll ich die jetzt umhacken? Man soll die Power exhausten. Ich werde den erstmal normal angreifen. Wahrscheinlich kommen da zusätzliche Events zwischendurch. Versistence Charmed. Neh. Mal haste. Und... So much. Houl. Crid, der macht natürlich jetzt extrem viel Schaden jedes Mal, jetzt sieht damit auch die Agro aus sich. Idymus falls back under your onslaught, a trickle of blood runs out of her mouth and down her chin, her body shakes again and for a moment humanity returns to her eyes. It is coming, the true attack, kill me fast or be overwhelmed. Then she falls to one knee, as if something struck her in the back. The demonic vaults returns, come, come, horrors, come nightmares, this shell is worn out. All will die, an eerie glow appears over the magic circle in the nearby alcove. Idymus is on one knee, she has stopped trying to defend herself. Killing her now would be easy, but is it necessary? Is it necessary? Okay, das heißt ich soll die jetzt nicht angreifen, darf wir aber den Krempel hier nebenher töten. Ähm, die Turrets werden natürlich jetzt da wenig Mitleid mit haben. Die werde ich jetzt mal abbauen. Naja, die zumindest, oder? Naja, die wird ja jetzt auch nicht sowieso direkt sterben. Ich guck mal was passiert, wenn ich die jetzt hier angreife und die halten auch nicht viel aus. Mit der kann ich auch direkt drüber. Ja, nicht ganz. So. So. It stops you, is okay. Wobei, gucken, ob der da reinpusten kann. Ne. Ah, das ist ganz okay so. Da kommt noch mehr. Okay. Hm. Terrifying hole. Naja, warum nicht. So, der kann. Ist natürlich jetzt ziemlich kritisch mit dem. Kann auch böse ausgehen. 200. Ah. Ratsch. Haste it. Naja, das wird der jetzt vermutlich nicht überleben. Oder doch? Ratsch. Da kommen die nächsten. Die haben noch beide Cooldown. Reflection. Okay, der kann sich heilen. Wunderbar. Hm. Macht nichts und die Dia baue ich ab. Drei, zwei, dann baut ihr die hier auf. Robe hier. Das sieht gut aus, der kann jetzt wieder pusten. Gutsch. 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 So... Jetzt aber auch alle zurück. Eidymus shudders, she sways back and forth as if trying to lose the being that possesses her. The deaths of its creations seem to be weakening, the things hold on her. The deaths of its creations seem to be weakening, the things hold on her. Okay. Da sind aber noch ein paar. Aber die kriegen wir wohl auch noch kaputt. Na, der muss aber jetzt hier vorsichtiger sein. Wir können ja mal Reflection anmachen und gucken, was dann passiert. Pust, pust! Reflection. Wurscht. Der kann abwarten. Das ist besser mal. Haste kann ich eigentlich auch wieder anwerfen. Schauen wir mal, ob der jetzt angegriffen wird. Naja, Reflected ist es natürlich auch doof. Naja, Reflected ist es. Kann ich gar nicht sagen. Spillings. Motch. Das ist nur ein Spunschild, Spunschild. Oh. Da sind wieder ein paar neue. Erstmal den hier raus. Schmerzen. Nein. Na ja gut, das ist ja dann ziemlich einfach. ähm Frage ist natürlich jetzt, ob ich die wieder genauso weg bekomme wie eben. Dass sie da unten in die Ecke hinläuft. Vielleicht muss ich die auch dahintreten. Probier ich mal. Okay, wunderbar. Paste. Ja, 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 ja. Die wird zwar ein Heal notwendig sein, aber Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Er ist tot. Nein. Der kann abwarten. Gut. Und damit wird das auch erledigt. Jetzt kommen nur noch die hier. Nehme ich mal die aus der letzten Reihe zuerst. Der schiebt da vorne an. Wieso greift der? Okay. Damit die Turrets den einen nicht mehr angreifen kann. Jetzt noch mal ein bisschen weggeworfen. Da stehen zwei ineinander. Soll ich nur noch den Kursen? Soll ich nur noch nicht weggeworfen. Soll ich mich nicht wegwarten? Soll ich in der Tatoooatur der Tatooine? Ja! Ich bin der Tatooine. Soll ich mir machen, habe ich jetzt wieder angefangen. Und dann hat das Wasser winteren? Soll ich mich nicht wegwarten? Soll ich dich? Du hast mich nicht wegwarten. Ohll ich dich nicht wegwarten? Ah, scheiße, den habe ich vergessen zu heilen. Der muss weg. Ah, wunderbar. Dann sollte das auch passen. Einmal heilen. So. No. No. Und einmal pusten. So, und der greift jetzt mit dem Sperr an, damit es nicht mehr reflektiert wird. Na, es war natürlich jetzt ein etwas verschwendeter Angriff von der Tür. So, und der greift jetzt mit dem Sperr. Schön. Da kommen wir mal her. Reflection. Hm. Also das Feuer wird auf jeden Fall, oder das wird auch reflektiert. Also könnte der Reflection schon ganz gut sein, aber Schaden kriegen die halt trotzdem. Die Dipsyne reflektieren. Das ist auch kein super toller Schutz. Das war mir so vor, als wenn die da gerade besser, stärker geworden sind. Und da ist ein Turret verschwunden. Also das Feuer wird auch ein Turret verschwunden. Oh, das ist ein Turret schicken. Dann ist das Motorrad. Ah, Mist. Das war jetzt ein bisschen verkackt. Heißt. Das Gerät außer Kontrolle. Der ist auch verschwunden. Der ist auch verschwunden. Gut, der ist jetzt ein Matsch. Oh Gott, die Spines sind schon böse. Neun Drachen holen. Neun Drachen holen. Neun Drachen. Neun Drachen. Neun Drachen. Neun Drachen. Neun Drachen. Da kommen die nächsten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Langsam wird es ein bisschen... Viel... What will you do now? With the final knot, she climbs up the stairs. So, und wir bekommen jetzt sicher doch noch irgendwoher Fettloot oder nicht? Was liegt denn hier rum? Da ist echt gar nichts. Ja, dann hoffe ich doch zumindest, dass ich zurück in Avedon ein Fat Reward bekomme. Oder in Monitor Bessie. Oder in Monitor Bessie. Ja, da werde ich jetzt auch zuerst hinreisen, bevor ich hier in Avedon mit den Leuten rede. Ja. 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 Okay. 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 Rockridge Eyedymus is no longer a problem You tell Esmi what happened, surprisingly she actually smiles. Her studied apathy is broken at last. I struggle to believe it. A survivor, one who was not lost, not murdered. This I had not realized, how I missed feeling hope. And this agent who corrupted her? We will find this person, he, she or it. Human or demon, it does not matter. Someone will pay. I will take a personal interest in it. She removes a scarab from her robe and gives it to you. This is my scarab, my first. I give it to you with gratitude for your assistance. And now I have much thinking to do. What are your plans now? I am not sure. The habits of apathy are deep within me and I have squandered many contacts. Still, I promise you, I will act. Not yet, but sooner rather than later. I have XP bekommen, which I need to use. What is it? Na, Stärke and Ausdauer. Super. Nein. Okay. Okay. Dann, äh, geht's jetzt zum... in die nächste Zone. Und zwar in die Titanlands. Okay. Okay. Dann, äh, geht's jetzt zum... in die nächste Zone. After days of slow, stealthy hiking through the Titan peaks, you have finally reached your destination. At least this dry, narrow ravine was where you were told to go. So you are deep in the farlands, surrounded by titans, supposedly close to a hidden base full of rebels. Somewhere nearby, some packed infiltrators are hiding. If you are in the right place, and if they haven't been found and killed yet. You will need to find them, or find out what happened to them, hopefully without being ambushed by hundreds of screaming rabbits. This clearing is full of trash, along with pits for burning it. The foot, rotting in the hot sun, still smells. It's fresh trash, the product of a large settlement nearby. The directions you were given in Avedon were intended to deliver you to the rear entrance to the rebel base, and they seem to be accurate. There are no guards near the trash pits. You don't find any signs of the packed soldiers, but it's a safe bet you have found the rebels. Animal skin. The back entrance to the rebel lair is not entirely without guards. As you start to walk down the eastern path, several human warriors walk into sight not far ahead. They haven't seen you yet, but they will soon. They are heading this way. They are heading this way. The rebel patrol spots you. You try to think of a plausible explanation why you are there. They don't bother to ask. They immediately draw their blades and attack. They are heading this way if I'm trying to walk down. If I'm trying to walk down the stairs to the road, I don't even know. Sackgasse! Okay, ist anscheinend aus der Karte gelaufen. Noch gut. Durma, a young woman, was trailing the group of rebel scouts. Now that they are gone, she steps out into view. She is small, slender and wearing dusty armor. There is a dagger at her belt and a bow over her shoulder. She doesn't draw them, which is a relief. She looks at you for a moment, head tilted to one side. She whispers, ah, I know, Cordano, yes? I am Durma, follow me. How did you know my name? Udil told me. Your description. Good to see you. Follow me. You are not a rebel? No. Udil sent me out to scout. Follow me. Where's to wander Udil? Where I will take you? So, follow me. Lead on. Durma not. Hurry. I can let you into our hiding place. Follow. She walks off, follow. Durma walks up to an ordinary looking rock face. She looks at you and smiles. I love this part. She rests her hand on the stone and matters a word. The cliff face starts to fold in on itself. It's as if the solid stone was actually painted on a large sheet of paper, that then rolls up and vanishes before your eyes. The finest new trickery our Tinkermages have to order. Dharma points at the small niche revealed beyond the wall. Go through the trapdoor there. Udil waits. Then another one. You enter a long, low-sailing cave. It's deep enough under the hot, dry lands above to be cool and damp. It smells of wet dirt, mold and a heady hit of an unwashed soldier. A blade of packed soldiers are hiding down here, concealed a suicidal distance from the rebel encampment. When you enter, blades are instantly drawn. The warriors here are terrified of their inevitable discovery. When they realize who you are, they calm down. One of the guards says, you are Cordano, Udil told us to expect you. He is waiting in the less muddy end of the pit. He points to the south. Okay. Pact radar. You talk to the packed soldiers, they have plenty of stories of close escapes, close quarters and long unwashed laundry. Their mission has been long and terrifying, but their spirits are surprisingly high. They speak of Commander Udil with undisguised admiration. They tell you that Udil is waiting for you at the south end of the cave. Und hier ist wieder Krempel zum Verkaufen. Eine Pipe. Fisch. Packed Papers. Packed Radar, Packed Radar und da steht Udil rum. Weinen muss natürlich auch da sein. Knickknack. Rupee. Bandages. 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 Immer mitnehmen. So. Dann reden wir mal mit Udil. Commander Udil is sitting by a low smokey fire at the south end of this cave. His clothes are filthy, he hasn't shaved for days and he's roasting a small lizard on a stick. Whatever else you can say about him, he isn't above the indignities he visits on his soldiers. He looks up at you, nods and goes back to cooking his lizard. So Cordano, you made it. Was starting to lose hope. Retreat or suicide, those were our choices. With Evidence help, we might get Constina. He does not enjoy admitting this. We don't have a lot of time to talk. I'll give you your orders. We have to act fast. What is your situation? He gestures a filthy, smoky cave. Recycling in luxury. As you can see. Hiding here, trying to gorge when to assault the rebel camp. It's a miracle they haven't found us yet. How are your supplies? Lo, only enough to keep us in fighting shape for a few more days. Attack of Lee and soon. Tough choices to be made. How have you stayed hidden so close to them? Udil smiles. They have scouts of the Wild Realm, but so have we. And the magic and craft of the Daramites as well. Also, we've been very, very, very lucky. You don't have many soldiers. No, we don't have. No, we don't. Haven't lost any yet. But, he shakes his head, before you came, attacking Constina would have been suicide. It still is, most likely. I have another question. Udil continues to cook his Amiga lunch. He frequently conciles his records and maps, sends out patrols and cautions his soldiers to be as quiet as possible. The atmosphere in the cave is extremely tense. Tell me about Rebels. The base is to the south east. Well, one of their many bases. But this one has Constina in it. The leader of all of the traitors in this region. She's there. Won't be for long. We have to act. And now? How do you know that Constina is there? Oh, we have our own resources. She's there. But she could leave at any moment. She only has stayed here so long, because she thinks she's safe. Surrounded by so many titan tribes. How many warriors does she have? Not many. She keeps her base small to stay hidden. Maybe a few dozen. Not many. But enough to outnumber us by a large multiple. And you think I will make a difference? Won't you? Avadon has been telling us how mighty it is for my entire life. Now I am giving you a chance to prove it. What do you think, Cordano? Are you up to it? About that, Avadon isn't as powerful as you think. Also, I am not ready for this. Meh, I am hoping for the best. Avadon only employs the best. I am the best of the best. Our victory is assured. Uriel gives you one of his rare smiles. Your arrogance is oddly comforting right now. What is your situation? Nakia, suddenly... I am reporting for duty. What are my orders? We are going to assault a rebel fort. We will charge in, kill, constina or die trying. First however, we need to scout the actual attack route. Leave our humble little home and find Durma. She will show you to the path we plan to approach along. Scout it to the south until you can see the rebel fort and no closer. And return to me. You haven't scouted the fort yet? Of course we have. Our Scots have seen their fort from several vantage points. Just none we could approach from with the advantage of surprise. What resistance should I expect? We are approaching the fort from the smaller back paths. They don't expect an assault from this direction. Probably because a lot of titans live along the road. The titans have no love for humans, rebel or not. But they love to eat us. I would avoid fighting them, but it may not be possible. Can I just destroy the fort myself? Do not do that. Get close enough to see the fort, then return. Otherwise they will see you. Their hunters will track and slay you while constina escapes. A true disaster. Don't attack without our help. Another question. Udl continues bla bla bla. Okay. I will be going now. Udl says, do not delay. We have no time to waste. We could be found at any moment. Okay. Okidoki. Auf geht's. So. Doma habe ich gefunden. Doma is waiting for you. So Udl, did you? You verify that you did. Then follow me again. I will show you the way to the enemy. I don't envy you. Your task. She turns and leaves you to the south. Naja, du kommst damit. Oder nicht. Follow. Doma walks up to another rock phase. Now that you know what to expect, you notice that the fake wall is different from the real stone. Less colorful. More flat. It's subtle. You would have to know what to expect to spot it. She touches the wall and it folds up, revealing the path to the east. East, then south. That is where Constina and rebels are. Don't get too close to their fort. They are cunning. They will spot you easily. Good luck. I need to report to the assault. She turns and walks back toward the hidden cave. Was meinte die? East, then south. Alles klar. Okay. Und deshalb werde ich jetzt auch erstmal in die andere Richtung gehen. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ich bin ja so gemein. Okay, hier geht es aber nicht weiter. Und da hätte sich das auch schon erledigt. Da geht es auch nicht weiter. Ha ha ha. Ha ha ha. Na gut. Constinas Leia ist auch schon da vorne. der ist ein Snare und anscheinend ziemlich niedrigstufig, der steckt nämlich ordentlich ein Ratsch, habt ihr noch mehr? Titan Crusher, Flinger, Crusher, Ratsch, Na, er lebt noch, der Nächste bitte, und dann und dann und dann und und Ich kann auch wieder auf die Waffe wechseln. Eine Kiste, ein bisschen Geld, Döcken, Trank, ein Schild, boah, naja. Ich kann auch wieder auf die Waffe wechseln. Ich kann auch wieder auf die Waffe wechseln. Hallo, versteckte Titanen. Okay. Ich habe ein Nest gefunden. Conjurer, Monarch, Gortask. Conjurer. Oh, erstmal den Conjurer weg. Das war noch einfacher als gedacht. Quatsch. Erdbübeln. Na, ich glaube, da schließe ich lieber die ganzen anderen erstmal ab. Ich glaube, da schließe ich lieber die Waffe wechseln. Ja, 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 ja. Plimplim. Ich bin unbesiegbar. Oh. Die ist gestannt. Und... Kaputt Was haben wir hier? Ein Flametooth Blade Plus Fire Resistance Plus To-Hit Chance Melee Damage Naja, aber ist leider trotzdem nicht... Oder True Strike Naja, es ist halt nicht besser als das, was ich hab Ich werd's mal benutzen und gucken, ob das vielleicht was besonderes tut, aber... Ich wüsste jetzt nicht, wieso das Ding mehr wert sein sollte Vielleicht wegen diesen paar Punkten Fire Resistance, aber... Bringt ja nichts, was Ding weniger Schaden macht So, ich muss aber jetzt hier auch einen... Da ist Silke wieder Ähm... Ja, ich muss jetzt hier wieder einen Schnitt machen Dann geht's beim nächsten Mal weiter Bis dann! Bis dann! Bis dann!